hallo leute ich bin auf dem weg in meine tüftler werkstatt und möchte euch da mal ein neues projekt vorstellen was ich demnächst sobald es ein bisschen wärmer wird anfangen möchte ich blende euch jetzt mal ein bild ein damit ihr seht worum es geht also bis dahin macht's gut tschüss